Prasarita Hasta Yoga Nidrasana Die Yogi-Schlafstellung mit gespreizten Armen. Aus der Rückenlage her falte die Beine hinter den Kopf und strecke die Arme zur Seite aus. So öffne dich für die Kraft des Himmels. Du kannst auch noch die Finger in Jin-Modra geben, was nochmal ein besonders schönes Gefühl der Offenheit und der Verbindung darstellt.